In der Minecraft-Face, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu klauen. Hey! Ja, der Witz wird langsam alt. Also erstmal an euch, vielen, vielen Dank. Ich hätte echt niemals gedacht, in so einer kurzen Zeit so viele neue Abonnenten zu bekommen. Dafür würde ich mich echt am liebsten bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Außer bei dir, Marco477Gaming. Außer bei dir. Und ohne euch und mein Crystal Meth hätte ich das echt niemals hinbekommen. Mein Crystal. Dafür bin ich euch echt noch was schuldig. Hm? Komm. Ich meine, ich hatte jetzt jahrelang nicht mal 50 Abonnenten. Ja, da hattest du doch noch nicht mal Videos. Äh, doch. Und auch noch vielen, vielen Dank, ja. Ne, wirklich vielen Dank an SayWhatsApp für den Banner und das Profilbild. Das ist echt extrem gut gelungen und sieht auch professionell und trotzdem lustig aus. Vor allem im Vergleich zum vorherigen. Und der größte Dank geht immer noch an Lennyficate. Also nicht nur dafür, dass du dir als so großer YouTuber die Zeit genommen hast, eine so professionelle Review von einem Hempelkanal wie meinem zu erstellen, sondern auch, weil du mich irgendwie immer wieder motiviert hast, mit dem ganzen Schwachsinn weiterzumachen. Also er immer so, ja Brotwurst, mach weiter. Und ich so, ja echt Lenny. Und er so, yo Digga. Und ich so, wagadagadenga. Und dann er so. Eben dafür nochmal vielen Dong. Ja, Dong. Ja, Dong. Das war mit Absicht. Dong. Dong. Ach ja, und bevor ich es vergesse, nochmal vielen, vielen Dank an Larissa, zwölf Jahre aus Dortmund, für dieses hübsche Fan hat, das du für mich gemalt hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist echt richtig hübsch geworden. Das hast du doch eh selber gemalt. Ja, wenn mir nie jemand was malen will. In der Minecraft-Welt, wo es mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben. Ich bin mein eigener Herr. Ich renne umher. Und ich bin froh, Minecraft zu haben. Ja, das ist Minecraft. Ja, das ist Minecraft. Ja, das ist Minecraft. Ja, das ist Minecraft.